Emma, sag mal erst, ist wieder jung, ja. Emma, steig ab. Ja, ich kann nicht. Emma, doch, lass mich fallen. Ist gar nicht so hoch. Ach so, du darfst jetzt schon, dann setzt du meinen Bauch. Ja, komm. Ich dich drauf sitzen, festhalten, Füße zusammen vorne, ne? Hier, Füße zusammen, festhalten und losgehen. Ne, ist nicht schnell. Kennst du doch. Emma, jetzt bin ich nicht. Hallo, Arika. Hallo. Ciao.